Hallo zusammen und willkommen zurück beim australischen Seminar. Ich heiße Brandon Bennett und es ist mein Vorrecht, die letzte Präsentation dieses Seminars zu geben. Lasst uns gemeinsam zum Gebet niederknien. Lieber Gott im Himmel, wir danken dir für die Segnungen in diesem Seminar. Bitte gib uns das richtige Verständnis, wenn wir diese Linien betrachten. Bitte hilf uns und schick uns deinen Heiligen Geist, der uns führt. Wir danken dir für alle Botschaften, die du uns gegeben hast. Wir danken dir in Jesu Namen. Amen. So, the presentation I'm about to give In der, im Studium, was wir jetzt gemeinsam haben werden, Is not necessarily going to make conclusions, it's more making some observations. Werde ich nicht unbedingt eine Schlussfolgerung geben, sondern eher Beobachtungen. From two perspectives. Von zwei verschiedenen Perspektiven. One from our standard reform lines that we all know. Eine Perspektive aus der Sicht der Reformlinien, wie wir sie kennen. And the other perspective from the lines of revolutions. Und die andere Perspektive aus der Sicht der Linie der Revolutionen. Now there's many things I'm not going to go into, like the history of the revolutions. Viele Dinge werden wir nicht besprechen, zum Beispiel die Geschichte der Revolutionen. It's going to require some pre-knowledge, and I'm not going to justify, why we can use the revolutions. Gewisse Dinge, gewisses Wissen werde ich voraussetzen, und ich werde nicht beweisen, warum wir diese Revolutionen verwenden können. There's many presentations that can do that for us. Aber es gibt schon viele Präsentationen online, wo das behandelt wird. Zuerst werde ich erklären, was ich hier gemacht habe. Viele in der Bewegung wissen das schon seit einiger Zeit. Da, wo die Linie der Priester endet, und vor dem Sonntagsgesetz, haben wir zwei kleinere Wegmarken. Die sehen wir auch auf der Linie der Leviten und der Tempeldiener. Das seht ihr auch hier so auf der Tafel. Die habe ich auf die große Linie oben übertragen, dass wir sie auf der Linie der 154.000 sehen können. Ich habe diesen Abschnitt hier rausgeschnitten. und hier am Ende der Revolutionen vergrössert aufgezeichnet. Das ist, was ihr hier seht. Wir haben alle Revolutionen, den Ende der Revolutionen, und dann habe ich den nächsten Schritt in die Sunday Law geflogen. links, also alle Revolutionen, und rechts habe ich dann das kleine Stück von oben angehängt. Das lassen wir eben beiseite und jetzt sprechen wir über die Revolutionen. Was können wir von den Revolutionen lernen? Einfach gesagt, geht es um Amerika, wie die USA von einer Demokratie sich in eine Diktatur verwandeln. Was die Revolutionen helfen uns, ist, sie helfen uns, diesen Progessen zu vertreten. Und die Revolutionen helfen uns, diese Verwandlung, diesen Fortschritt zu beobachten. Und der Prozess geschieht in zwei Schritten, zwei Teilen. Erster Teil, 2001 bis 2019. Wo die etablierte Regierungsform zerstört wird und dann eine neue Regierungsform mit einem Diktator aufkommt. Heute Morgen in dem Studium von Palmynda ging es um die Institutionen der USA, die stark sind. Und diese Institutionen müssen geschwächt oder neutralisiert werden, um so etwas wie das Sonntagsgesetz möglich zu machen. Es muss eine Restrukturierung der Judikative, Legislative und Exekutive stattfinden. Genauso wie Wladimir Putin Russland zu einer Diktatur umstrukturiert hat. Und der einfachste Weg, wie ein Land von einer Demokratie zu einer Diktatur und umgekehrt sich verwandeln kann, ist durch einen Bürgerkrieg oder eine Revolution, weil es sehr schwierig ist, Institutionen zu verändern. Es braucht viel Aktivismus und Energie, um solche Institutionen oder Systeme umzustürzen, zu verändern. Die Revolutionen finden in zwei Teilen statt. Ich habe den ersten Teil schon erklärt. Sobald dann das neue System installiert ist und der Diktator da an der Macht ist, findet eine Gegenrevolution statt. Gegen den Diktat. Das neue System. Wir gehen nicht zu der gesamten Geschichte zurück, aber wenn wir die Linien der Revolutionen betrachten, Da wurden diese Monarchien oder die Regierungen während dieser Revolutionen, die dann gestürzt wurden, das fand am 9. November statt jeweils. Und das sind die neue Regierungsformen mit eingesetzt mit dem Diktator. So how does a revolution beginn? Wie beginnt denn diese Revolution? Um eine Revolution zu beginnen, muss das Land polarisiert sein. Menschen reden einander vorbei, sie verstehen einander nicht mehr und beginnen dann zu streiten. 2001, da waren die Terroranschläge am 11. September und die haben eine ganze Kettenreaktion an Ereignissen ausgelöst, die schlussendlich im Irakkrieg endeten. Das war ein sehr polarisierendes Thema. Wasn't the only thing that polarised the country at that moment. Aber es war nicht die einzige Sache, die das Land polarisierte. Oder, ja, polarisierte. Fox News, they had a 24-hour cycle going. Fox News war eigentlich rund die Uhr. and what did it change news from something that educates to something that entertains? Fox News war rund um die Uhr am Senden, Aussenden, und sie machten Nachrichten das, was Unterhaltung ist. Unterhaltung und Sensation anstatt Information. Und Fox News wurde dann auch zur Propagandamaschine für den rechten politischen Flügel. So these are the sum of the reasons why the country began to be polarised at the beginning of 2001 onwards. Das sind einige der Gründe, warum das Land seit 2001 polarisiert wirkt. Then you get to a turning point or a midpoint, 2014. Dann kommen wir zu 2014, eine Art Wendepunkt oder Mittelpunkt. And there was quite a few lots of events that this movement knows about. Sehr viele Ereignisse, von denen diese Bewegung weiß, In this context the prominent ones are In diesem Kontext sind die wichtigsten Das hier ist ein Wendepunkt. Das bedeutet, jetzt wird eine Seite in diesem Kampf vorne sein, also gewinnen. Mitch McConnell blockiert die Nominierungen, die Richternominierungen von Obama Und zwar nicht nur am obersten Gerichtshof, sondern auch an den Bezirksgericht aus den niedrigeren Gerichten. Stephen Miller, Jeff Sessions und Steve Bannon They create a plan to purge the centrist Republicans Sie machen einen Plan, um die republikanische Partei von moderaten Mitgliedern zu säubern. They're the ones that can actually talk to the Democrats to get things done. We don't want them. Und sie wollten nicht mehr diese Leute, die mit den Demokraten Kompromisse eingingen. Another example that turned the war in the favor of Republicans Ein anderes Beispiel für ein Ereignis oder etwas, was den Republikanern in die Hände gespielt hat. War der Hobby Lobby Fall, das Gerichtsurteil da, wo religiöse Freiheit neu definiert wurde. Das waren einige Gründe, warum die Republikaner 2014 anfingen, den Kampf zu gewinnen. Und dass dann das Establishment die Institutionen, die bisherigen Institutionen umgestürzt werden konnten und der Diktator aufkommen kann. Maybe I'll give an example of what happened in one of these histories. Ich gebe ein Beispiel, was in einer dieser Geschichten geschehen ist. So we can follow a history to give typified example down here. Damit wir die Geschichte als Vorbild nehmen können, was sich jetzt heute in unserer Zeit abspielt. So whether it's the German or Russian, they're very similar. Let's stay with the German. Die deutsche und die russische Revolution sind sehr ähnlich. Wir fangen mal bei der Deutschen an. Die Öffentlichkeit, das Volk hat genug vom Ersten Weltkrieg. They're not happy because of the bad treatment from the Monarchy. So they overthrow the Monarchy and the Kaiser advocates. deshalb stürzen sie die Monarchie und der Kaiser tritt zurück. And the Weimar Republic takes its place on November 9, 1918. So we could go to the French Revolution as another example. Ein anderes Beispiel wäre die Französische Revolution. Jakobins are overthrown and Robespierre is killed. Die Jakobiner werden gestürzt und Robespierre wird umgebracht. And then we have the Paris Commune that takes over from the Jakobins. Und dann die Pariser Commune die die Jakobiner erlöst. That's the successive government. Das Nachfolger die nachfolgende Regierung. So then we have a period of quiet or preparation maybe not quiet. Dann kommt die Zeit der Vorbereitung. And then we have the beginning of the counter revolution. Und dann den Beginn der Gegen Revolution. So do a bit more board work now. Jetzt brauchen wir die Tafel. If I grab the line of the priests say here to here to here to here to to here here to here to here That's the last piece of the line of the priest the Ernte So I'm going to just pretend this is a 3D model but I'll just draw it below it Die zeichne ich jetzt hier unten hin So I'll grab that bit there and just put it there So we have a Boston Concord Exeter and a Test So we know that 2020 is Concord We know that 2020 Concord is or we could arrive that in a different way if you like We can that also on other way able I can say use this model where we split 25 20 into two 12 60 We this model gebrauchen 25 20 die in 2 mal 12 60 unterteilt is und oder wir können das auch mit den 490 Jahren machen and I'll do 245 so if I go 2020 and go back 245 years wenn wir von 2020 245 Jahre zurück gehen brings me to 1775 bring das uns zu 1775 which was the beginning of the American Revolution at Lexington and Concord where the shot was heard all around the world in Lexington and Concord wo man einen Schuss hörte um die Welt so I'm hoping you can see that 2020 is Concord and the beginning of the Revolution deshalb markieren wir Concord 2020 als den Beginn der Gegenrevolution Clear Clear some space Okay So Lexington and Concord was the shot fired that caused the people to unite in Concord against the British In Lexington and Concord hörte man diesen Schuss das war der Anfang der Auflehnung gegen das britische System Das geschah am 25. Mai 2020 oder das ist dann die Anwendung davon Most Most us should be aware that this was the first time Well it wasn't this was the death of George Floyd And the most of us know that is the death of George Floyd This wasn't the first time that something like this had happened in America There's many much abuse many deaths before this But this is the first time that happened that caused the people to unite and come into Concord And fight against the dictatorship that came to power here The words I can't breathe went worldwide and that was the shot that was heard around the world Das war wie dieser Schuss der um die Welt gehört wurde There wurde a movement that started to fight against Donald Trump's new government There was war So we know this is Concord but it's also a death decree we 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 see in this history we see in this history viermal den Tod. John Lewis. Vier Todesfälle. Chadwick Boseman. John Lewis. Chadwick Boseman. Chadwick Boseman. Ruth Bader Ginsburg. Ruth Bader Ginsburg. And Helen Reddy. Und Helen Reddy. John Lewis war eine sehr bekannte Persönlichkeit in der Bürgerrechtsbewegung. And along with Chadwick Boseman, they're champions of racial rights. Mit Chadwick Boseman war er einer der Champions dieser Bürgerrechte. Ruth Bader Ginsburg war vor allem für Frauenrechte und für LGBT-Rechte hat sie sich eingesetzt. And Helen Reddy's music was the anthem of second-wave feminism. Und Helen Reddy hatte Musik gemacht, die zu einer Art Titelsong der zweiten Welle des Feminismus wurde. So we've got two people from government, the legislative and judicial branches. Das sind also zwei Menschen von der Regierung, von der Judikative und der Legislative. And two people from the entertainment industry, movies and music. Und zwei Menschen, Persönlichkeiten aus der Unterhaltungsindustrie, Musik und Film. So we can look at this history from two Perspectives. Diese Geschichte können wir aus zwei Perspektiven betrachten. In der ersten Perspektive sagen wir mal, die ist gut. What it did during the history of a counter-revolution for equality. Was die Aufmerksamkeit, die diese Personen, oder der Tod dieser Personen erregt hat, in dieser Zeit, agitates and refocuses the public time and time again onto subjects of equality. So wird die Aufmerksamkeit des Volkes immer wieder auf das Thema Gleichberechtigung gelenkt, in dieser Zeit. Die Medien beleuchten ihr Leben, was sie hinterlassen, ihre Hinterlassenschaft, ja, ihr Lebenswerk. Und sie erinnern die Welt daran, an die Gleichberechtigung aus verschiedenen Perspektiven. Perspektive Nummer 2. So we'll say that's okay, but Perspektive Nummer 2. Das war die erste Perspektive und dann gibt's noch eine zweite. Die Welt verliert diese Symbole, diese großen Persönlichkeiten der Gleichberechtigung, mitten in einer Gegenrevolution für Gleichberechtigung. Es ist nicht gut, das Gewissen des Kongresses zu verlieren, also John Lewis. Es ist auch gar nicht gut, Ruth Bader Ginsburg zu verlieren. Sie war bekannt für ihre Gegenmeinungen, die sie für Gleichberechtigung geschrieben hat. Ruth Bader Ginsburg turned the Supreme Court from a center right Das Ruth Bader Ginsburg da nicht mehr war, hat das Gericht verändert von von Mitte rechts zu Extrem rechts ist das Gericht gerutscht. Und das ist ein irreparabler Schaden für diese Gegenrevolution. Also der Verlust dieser Persönlichkeiten war sehr schwer. Schlecht für diese Bewegung, die sich für Gleichberechtigung einsetzt, gegen die Diktatur. Helen Reddy, die letzte Person in dieser Gruppe, sie starb am 27. September 2020. Das war am gleichen Tag wie die erste Präsidentendebatte im Wahlkampf in den USA. Und Donald Trump verspürt den enormen Druck dieser Gegenrevolution. Black Lives Matter ist ein Druck für ihn. The Me Too Movement Die Me Too Bewegung Und nur einige Tage zuvor hat er sich mit Covid angesteckt. Zwei Tage davor hat er Corona gekriegt. Er steht unter großem Druck und möchte seine Stärke in dieser Debatte beweisen. Er wurde dann dazu aufgefordert, die White Supremacy ist den weißen Suprematismus, weiße Vorherrschaft und die Proud Boys zu verurteilen. Aber er sagte nur Stand back und stand by. Also so viel wie Hält euch zurück. Der Slogan der Proud Boys ist westlicher Chauvinismus regionaler Chauvinismus also Nationalismus Rassismus also Chauvinismus gegen Frauen which is more of the standard understanding we're aware of. Aber ebenfalls Chauvinismus gegen Frauen. Das ist uns eher bekannt. Und wir wissen, dass die Proud Boys bekannt dafür sind, dass sie transphobisch sind. Als Trump also sagte Stand back, stand by also haltet euch bereit, haltet euch im Hintergrund, war das ein Aufruf für ja internationaler Aufruf eigentlich für alle, die gleich denken. Menschen, die diese Ansichten auch vertreten. If I could put it simply in this context it's a call to attack the counter revolution. In diesem Kontext einfach ausgedrückt war es ein Aufruf zum Angriff gegen diese Gegenrevolution. Und wir sehen, dass das Thema Gleichberechtigung unermüdlich angegriffen wurde. Critical Race Theory Transwomen in Sports und zwar mit den Themen Critical Race Theory, dass das verboten wurde an Schulen, im Unterricht. LGBTQ Books in Schools Transfrauen in im Sport LGBT Bücher oder in Bibliotheken Bibliotheken oder in Bibliotheken Bibliotheken oder in Bibliotheken. Sogenannte Vielfalt Gleichberechtigungsprogramme in der Regierung, in Firmen, in Schulen, Universitäten wurden angegriffen. sogar einfach Menschen, die dafür eintreten, dass man einander mit Gleichberechtigung handeln sollte. Die wurden dann als woke bezeichnet. Und warum hatte der Rechteflügel so einen großen Einfluss? In Politik, in den regionalen Regierungen, lokaler Regierungen und in einigen Teilen Amerikas auch in den Schulvorständen. Da hatten sie sehr viel mehr Einfluss als sie eigentlich zahlreich waren. Das bringt uns dann zum Ende dieser Gegenrevolution. So this study on Revolutions is what in World War Three? Was ist dieses Studium der Revolutionen im Dritten Weltkrieg? If you go to World War Two there is an Eastern Front and Western Front that's right. Wenn wir zum Zweiten Weltkrieg gehen haben wir eine östliche Front und eine westliche Front. Front ist United States versus Russia in der Anwendung. Ist USA gegen Russland in der Anwendung? Was ist die Westfront? Weiß das noch jemand? Trump versus the three branches of government or the allies Trump gegen die drei Zweige der Regierung or we'll say United States versus United States die drei Verbündeten oder die USA gegen sich selber Wie nennen wir das? That's right Civil War Revolution Das ist ein Bürgerkrieg eine Revolution So can you see that the revolutions are the Western Front in World War Three I hoffe wir sehen dass die Bürgerkriege im dritten Weltkrieg die Westfront sind It's a bit more complicated than that but we'll stick with that for now Es ist zwar ein bisschen komplizierter als das aber dabei belassen wir es jetzt für den Moment So we go back to World War II and the Western Front Wir gehen zurück zum Zweiten Weltkrieg und der Westfront Wann endet die Westfront Damals hatten wir Deutschland gegen zwei Verbündete Russland und die Alliierten at the same time as the Eastern Front Okay So we're clear okay so far endet gleichzeitig mit der Ostfront Wann does the Eastern Front end Wann war der Krieg an der Ostfront zu Ende Wann erhielt Russland die tödliche Wunde We've got a taker of Sunday law When's Russia receive a deadly wound Sorry I missed that im Zweiten Weltkrieg 2021 Okay 2021 So Russia gets a deadly wound at 2021 When does it die Okay Russland bekommt 2021 eine tödliche Wunde Und wann stirbt Russland Sonntags Gesetz But that's only the Eastern Front What about the Western Front That is aber nur die Ost Front Was Ja Was ist denn mit der West Front gets a deadly wound and a death Okay So I want to be clear here I want to say this plainly I want to to say The counter revolution gets a deadly wound at 2021 In 2021 bekommt die gegen revolution eine tödliche wunde Essentially the counter revolution that has been fighting against the trump dictatorship the gegen revolution the diktators of trump gekämpft hat it gets a deadly wound and seals its fate in concrete does that mean the polarization stops they're still arguing it will continue right through to the sunday wall and I'm not suggesting it stops there either but the fate of the counter revolution is sealed here it fails so I did this presentation to just bring us back to the lines that we all love and want to learn the best we can and I hope it triggers a conversation or helps us go back to these lines to explain where we are and I hope that we get back the lines that we I want to give an example of perhaps something that you could look at I want to an example of what you could see the counter revolution is ended I'll say defeated I won't say ended I guess what I want to do is maybe let's have a look at some of these other revolutions how does those counter revolutions end so let's maybe have a look at the German revolution as an example so at the end of the monarchy the kaiser there are many voices and many ideas on how we should run and operate this government moving forward the Weimar Republic was formed by the Constituent Assembly and the Spartacist uprising which was the counter revolution and the spartanischen aufstand they rose up in opposition so there the communist or bolshevik communist side rising up but I want to make a point here we're talking about the center left and the far left and the wichtig to betonen here is that we now over the middle and far left are fighting and extrem links the 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 Spartacists got squashed here around here and there was another uprising in Bavaria in May and it was and it was the communist leninist bolsheviks rising up and it was the communist bolsheviks rising up or the far left far far left the the and the white army or the capitalist democrats in a way were the center left the white army or the capitalist democrats they defeated that red army so the bolsheviks the communism was defeated here that ended the counter revolution they had the rote army or the borscheviks besiegt and so is the revolution to end these are complicated histories but what we have here is polarization on the left arguing we see here a polarisation on the left and that polarisation because they couldn't talk to each other enabled the polarisation because they couldn't talk to each other they could not talk to each other Nazi Germany to rise and the rise of Hitler so I'll read a quote it's only short ich werde ein Zitat kurzes Zitat lesen diese Feindschaft bestand in ganz Deutschland this hostility meaning between the center left and the far left die Feindschaft zwischen Mitte links und extrem links it existed throughout Germany das war durch ganz Deutschland and prevented coalition talks between both parties in order to keep the Nazi party from taking power in 1933 um die Nazi Partei daran zu hindern 1933 die Macht zu ergreifen die hatten dann sozusagen the division also outlived Nazism diese Trennung diese Graben ging auch über die Nazi Zeit hinaus and continued to divide the German left until a peaceful revolution and trennte die deutsche linke weiterhin bis zu einer redischen revolution die dazu führte dass die marxistische leninistische Regierung zusammenbrach der deutschen demokratischen republik der DDR 1999 1989 ich fasse zusammen so the center left and the far left mitte links und extrem links sind so polarisiert dass das den Aufstieg der Nazis und von Hitler ermöglicht woran erinnert euch das wenn wir jetzt an diese Zeit denken das erinnert mich an die Vespers vor das erinnert mich daran dass die linke Probleme hat und dass sie nicht auf das konzentrieren was wichtig ist weil und die Polarisierung wird zugelassen und die Nazis können aufsteigen Nazis und Hitler so that's an example of assessing the history of our lines das ist ein Beispiel wie wir die Geschichte unserer Linien analysieren können wir könnten auch nachschauen wie die französische Revolution endete da gab's ein coup in einem coup Napoleon ergringte und ergringte Diktator maybe I won't use the word coup and I'll just say insurrection so there's little gems in the revolutions along with every other line that we've been taught in jeder Linie dieser Revolution gibt es Juwelen solche Juwelen die uns etwas lehren okay so I guess these histories will give us information about the history between 2020 and 2021 diese Geschichten geben uns Informationen über die Geschichte zwischen 2020 und 2021 Die Gegenrevolution 2021 hat den Vertretern der Bewegung der Gleichberechtigung eine dördliche Wunde was this so what would we be expected to see now so remember we've got the movement we've got advocate these are movements fighting for civil rights and women's rights and LGBTQ rights we have black lives matter and me too they set for for the rights of men's women's rights and from here on we should start seeing accelerated attacks against human rights right that I'm going to pick one example through that history that everyone should remember I just want to remind the polarization clearly doesn't stop they're still fighting no 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 man remember the polar not end it's significant that is global that exposed society and culture for where they're at so I'm going to give you the answer entblößt hat also gezeigt wo die Gesellschaft steht die Antwort ist am 11. April 2022 bis zum 1. Juni 2022 das war der der Gerichtsfall Depp gegen Amber Hurt Johnny Depp Johnny Depp gegen Amber Hurt so what did that expose on a society level or a cultural level how many people were on Johnny Depp's side how many people were on the side of Johnny Depp a tiny minority the numbers on Johnny Depp's support team were staggering a small minority the group the Johnny Depp unterstütze was a global phenomenon so weltweit globally society and culture took down women's human rights on that day or that it exposed and on this day was sichtbar that the society the women's wegnimmt feminism was there and assessed and society on a large scale said domestic sexual violence was authorized and the society had actually like a statement made so culture and society as a whole often erfunden was erfunden is the society has then as collective beschlossen that some human rights are not so important as others I'm focusing on the trial by people here I konzentriere mich here auf this jury the of too many bigger events that removed the voice of women it basically it said if you want to speak up against domestic abuse you're gonna get a lot of pain and not believed what that gezeigt hat is actually that when man sich ausspricht against sex missbrauch dann wird einem nicht geglaubt und du wirst noch mehr missbraucht the abuse and trolling that Amber Heard received as a result of that case was stunning Amber Heard hat als Folge dieses Gerichtsverfahrens noch viel mehr missbrauch erleiden we have Dobbs versus Jacksons Women Health nur ein paar Wochen später folgte der Umsturz von Roe versus Wade Dobbs gegen Jacksons Women Health it was ruled by the judicial branch taking down Roe versus Wade Die Judikative hat Roe versus Wade mit gängig gemacht Zugang zu Abortion war von der Bundesregierung jetzt nicht mehr länger garantiert ein Teil der Frauenrechte wurde entfernt dieses Ereignis war der 24. Juni 2022 Has anyone got any questions so far? hat jemand A presentation done August last year August last year Und in der Präsentation wurden einige Vorschläge gemacht für diese Wegmarken. Und ich gebe jetzt eine Zusammenfassung davon, was ich verstanden habe, was da präsentiert wurde. Und vergib mir, falls das nicht so genau ist, oder es wurde gesagt, dass es da den Aufruhr vor dem Sonntagsgesetz gibt, diese Agitation 2021 und weiter. Und diese Agitation nimmt schrittweise zu. Das bedeutet, dass etwas in den USA schief läuft. Die Öffentlichkeit oder das Volk merkt, dass mit den Menschenrechten etwas nicht stimmt, dass das etwas nicht gut ist. Und dass die Menschenrechte in einigen Fällen oder in einigen Gebieten abnehmen. Ein spezieller Fokus ist die Menschenrechte für Frauen und LGBTQIA+. Im Fokus stehen vor allem Frauenrechte und Rechte für die Gemeinschaft und die Gemeinschaft. Diese Menschenrechte, ja, diese Probleme mit Menschenrechten nehmen zu. Diese Ereignisse finden in der Ernte der Leviten und im Spätregen der Tempeldiener statt. Das sind Testereignisse. Okay. Und wenn ihr zurückdenkt an die letzten paar Jahre. Was ist das größte Ereignis, was zeigt, dass die USA nicht mehr länger Menschenrechte schützen? Was ist das wichtigste Ereignis, was das Sonntagsgesetz auf Grundlage von Gender? Nämlich Dobbs vs. Jackson's Women's Health, also Roe v. Wade, das abgeschafft wurde, Abtreibungsrecht. It is now visible, it's there for all to see. Ist jetzt sichtbar, alle können es sehen. Und gleichzeitig Leading up to this history In dieser Geschichte Within the movement we have some messages Gibt es in der Bewegung auch Botschaften? In dieser Zeit hatten wir 20 Vorträge, die Vespers Und in diesen Vespers Vorträgen werden so viele Themen behandelt Ich bin sicher, dass ihr auch schon eine Weile damit beschäftigt seid, diese zu wiederholen So wie wir hier Themen wie unsere Weltanschauung und wie wir vom rechten Flügel zum linken Flügel gewechselt haben Der Ethos dieser beiden Seiten Links und rechts Dass jede Seite entweder Freiheit oder Gleichberechtigung wichtiger findet, wenn die beiden miteinander im Konflikt stehen Da gibt es viele Beispiele dafür, zum Beispiel Masterpiece Cake Shop Das ist Gerichtsverfahren oder das Gerichtsurteil Und wir sind sogar zur Bürgerrechtsbewegung zurückgegangen Wo die Regierung die Rassentrennung aufgehoben hat Was aber der rechte Flügel richtig schlimm fand War nicht mehr unbedingt, dass die Regierung die Rassentrennung aufgehoben hat Sondern dass die Integration der schwarzen Menschen erzwungen wurde Und wie das die Freiheit vieler Menschen beschnitten hat Und dass das ihnen gar nicht gefiel Dann gab es zum Beispiel Universitäten wie die Bob Jones University, die das dann umgehen wollten Und deshalb Privatschulen gegründet haben Wir haben über Max gesprochen, eine Fallstudie Und das hat uns zur Dreieinigkeit aus Atheismus, Libertarismus und Männerrechtsaktivismus gebracht Atheismus, Männerrechtsaktivismus und Libertarismus Diese Themen haben wir behandelt Libertarismus auf persönlicher Ebene bis hin zur nationalen Ebene Und wie Länder das Handhaben in ihrer Außenpolitik Wenn Länder Libertarismus praktizieren, werden sie zu aggressiven Instrumenten Und sie helfen dem Angreifern oder Tätern Opfer anzugreifen Ist es okay, wenn Länder dann Regierungen eingreifen in solchen Kriegen oder nicht? Wenn andere Länder Menschenrechte übertreten, missbrauchen Soll man dann eingreifen als mit Land? Das bringt uns dazu, dass wir die Probleme auf der Linken erkennen müssen Dass wir die sozusagen aussieben Die extreme Linke sagt, der amerikanische Imperialismus ist ein großes Übel Und weil sie sich so stark darauf konzentrieren, können sie blind werden gegenüber dem Missbrauch von Menschenrechten Von anderen Regimen Die sich auch bedroht fühlen durch diesen amerikanischen Imperialismus Also autoritäre Regime, die sich dann auch von amerikanischen Imperialismus bedroht fühlen Wir haben von den Neokonservativen und Paläokonservativen gehört Und es sind die Paläokonservativen, die das Sonntagsgesetz bringen werden Die Paläokonservativen sind auch die Isolationisten Die Neokonservativen sind diejenigen, die eingreifen In der Außenpolitik Ich zähle die Dinge einfach auf, damit wir uns wieder erinnern, was wir in den Vespern besprochen haben Wir haben den Atheismus unter die Lupe genommen Da geht es nicht nur um Kirche und Staat, sondern Kultur gegen den Staat Kultur und Staat Ein anderes Thema, das ziemlich tief geht Wenn wir uns in einem politischen Kulturkampf befinden Und für eine Seite stimmen Also eine Art Wahl Dann ist der Im Himmel, der große Kampf Ist auch eine Wahl Es geht um zwei verschiedene Regierungsformen Und wir als Menschen müssen wählen Die beiden Ethos Gleichberechtigung über Freiheit oder Freiheit über Gleichberechtigung Wir müssen uns entscheiden und wählen Menschenrechte sind universell Nicht nur westliche Werte, die sich verteilt haben Und es gab noch viele andere Themen, die wir in den Vespers besprochen haben Der letzte Vespers-Vortrag, Nummer 20 Da hat älteste Tess eine Art Zusammenfassung gegeben von allen Vespers Sie hat aufgezeigt, wie wir durch die Vespers durchgeschritten sind Und die Thematik, wie sich die entwickelt hat Diese letzte umfassende Zusammenfassung der Vespers Wurde jetzt am 24. Juni gegeben So, one of the main themes or the story that was threaded through Vespers Eines der Hauptthemen Als roter Faden durch die Vespers hindurch This isn't the only one, but it's one of the main ones Nicht, dass der einzige rote Faden, aber einer davon Is we were constantly trying to sift the left or trying to find the problems with the left Dass wir immer versuchten, die Probleme auf der linken zu sehen Wir haben auch die Probleme auf der rechten Seite besprochen Aber nur eigentlich, um dann die Probleme auf der linken Seite verstehen zu können Damit wir anhand der Probleme auf der rechten Die Probleme auf der linken verstehen können So, the summary focused on where the left is failing Und in der Zusammenfassung ging es darum, wo die Linke Fehler macht And how and why they need sifting Und was wir dann raus sieben müssen Was wir erkennen müssen Dass sie zum Beispiel Rassismus sehen Wenn sie eigentlich Sexismus sehen sollen Und wie ich gesagt habe Die extreme Linke kann eindimensional sein Und sie den amerikanischen Imperialismus als große Unterdrückung sehen Während sie nicht so großen Wert auf andere Menschenrechte legen Weil sie durch die Linse des Kolonialismus schauen Intern haben wir eine Botschaft Wir fassen die Vespers zusammen Und es geht darum, die Probleme auf der linken zu sehen Und wie der linke politische Flügel verschlägt Und extern haben wir ein Ereignis Was uns genau zeigt Wie die Linke viel verschlägt Die meisten Menschen legen die Schuld beim rechten Flügel nieder Aber wir sollten wissen, dass die Linke selber schuld ist An diesen Fehlschlagen Sie werden kompromissbereit und haben den liberalen und kulturellen Feminismus angenommen Kämpfen nicht mehr für die Für radikalen Feminismus Okay So I'm gonna I'll stop there Wir sind am Ende des Studios I'll stop there for time Let's Join me in a word of prayer Wir werden hier aus Zeitgründen jetzt abschließen Lasst uns zum Schluss beten Dear God in Heaven We thank you for the blessings of this weekend Where we've Lieber Gott, wir danken dir für den Segen dieses Wochenendes Heard messages And Had conversations And Had A good and enjoyable time In dem wir deine Botschaft gehört haben Und Unterhalten haben Und die Zeit miteinander genossen haben As this camp comes to a close We pray for a blessing on everyone here Da das Seminar jetzt endet Bitten wir um deinen Segen für jeden hier Wir danken dir für deine Botschaft Und We're grateful that For these number of years now You've opened our eyes Wir sind dir dankbar, dass du uns seit mehreren Jahren führst Und unsere Augen öffnest In Jesus' name, Amen Im Namen Jesu, Amen